Ich bin nicht so attraktiv, als der TV-Präsenter, der Frage stellt. Ich muss sagen, das gibt einen absoluten musikalischen Spagat und ich weiß irgendwie gar nicht, wie ich den rechtfertigen soll. Ich offenbare jetzt meine größte Angst. Ich leide unter Kaulrophobie. Das ist panische Angst vor Clowns. Das ist kein Spaß. Ich meine es ernst. Ich bin gerade im Begriff, leise vor mich hin zu sterben. Ich denke, du wirst irgendwann auf dem Tisch sterben. Ich habe ein paar Mal auf dem Tisch sterben. Du hast ein Tomate auf deinen Lippen. Wie versprochen gibt es von den charmanten Hesslers eine Platte. Wir haben viel darüber geredet. Sie heißt Small Ones Brain Pain. Ihr könnt sie gewinnen auf www.newcomer.tv nach Ablauf der Sendung. In dem Moment, als wir auf den roten Teppich kamen, gingen einfach alle Blitzlichter aus. So wichtig sind wir. Ich danke allen, die da weggeguckt haben. Vielleicht gucken sie jetzt nochmal hin. Ähm...